Musik im Film. Unter diesem Motto stand an diesem Wochenende das Festival der Musikhochschule in Münster. Studentinnen und Studenten der verschiedenen Klassen interpretierten bekannte Filmmusik auf ihre Weise. Ziel des Festivals ist es, die Musik den Menschen näher zu bringen und ihnen einen Einblick in die Arbeit der Musikhochschule zu geben. Die Vielfalt der Musik begeisterte die Menschen. Musik Konzert fand ich fantastisch. Also ganz, ganz tolle Zusammenstellung der Stücke. Durch meine Tochter, die hier auch in Münster studiert, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden und ich bin einfach überwältigt. Für die Studierenden hat das Festival eine eigene Bedrohung. Ja, also das Festival ist meiner Meinung nach genau das Wichtige, was sowohl die Stadt braucht, als auch die Hochschule. Um ein bisschen rauszukommen in die Öffentlichkeit und auch den Studierenden die Möglichkeit zu geben, mal zu zeigen, was sie können. Ich komme gerade vom Ort drin, es hat super viel Spaß gemacht, die Leute waren begeistert und es ist schön, wenn das auch zurückkommt. Die Premiere des Mensch-Musik-Festivals scheint gut angekommen zu sein und bringt warme Töne in den kalten November-Tag. Die Premiere des Mensch-Musik-Festivals ist der 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 Die Premiere des Mensch-Musik-Festivals ist der